Herzlich Willkommen zu diesem Quick-Tipp-Video. Mein Name ist Ankiza von Oradi Fotografie. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, denn im heutigen Video habe ich einen tollen Tipp für dich. Und zwar wurde ich gefragt, wo ich meine Webseite erstellt habe und welche ich empfehlen kann. Ja, also meine Webseite habe ich schon seit Jahren bei Jimdo. Jimdo ist eine Baukasten-Homepage, also wirklich ganz einfach zu erstellen und für mich persönlich wirklich eine der besten benutzerfreundlichsten Webseiten-Baukasten-Homepage. Und deswegen hast du auch meine vollste Empfehlung dazu. Wenn du noch mehr Informationen dazu haben möchtest, was ich empfehle, was auf einer Webseite oben sein soll und was zu beachten ist, wenn dich das interessiert, schreibe es mir lieben gerne unten in die Kommentare. Dann drehe ich noch ein extra Video dazu und mit den ganzen Infos dazu. Ja, und wenn dir der Tipp mit Jimdo gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn noch Fragen sind, melde dich natürlich gerne bei mir. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auch bald wieder im nächsten Video. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!